und damit herzlich willkommen zurück zu guts and glory die nummer zwei genau wir starten mal weiter das letzte level was wir das letzte was wir gemacht haben war irgendwie so warm-up das war ein bisschen low also das war jetzt nicht so wir machen jetzt gleich mal medium und der renee fängt an ich habe mich noch nicht vorbereitet so ich werde schon beschossen er fliegt ja ich von mir weg ja so geht das okay wie sieht das ja aus ich meine man kann sich jetzt umschauen wegen uns also das wird wahrscheinlich das haben wir doch mal und immer weiter Das ist schwierig. Ja das ist echt schwierig. Ah der macht, der bringt die Bomben zum Platz. Oh Gott. Okay der bringt die nicht unbedingt zum platzen, aber der bringt sie. Oh das ist knapp. Also bei mir hat er die auf jeden Fall zum Platz. So kann man das natürlich auch machen. So ein schöner, schönes. Oh ja also. Man kann nie zustellen. Was ist das für einen? Der kriegt seinen Kohl nicht mehr. Also du wirst auch geschossen. Aber der hat die Kamine abgeschossen. Der hat die Kamine abgeschossen. Einmal gespaltet. Abgefährt. Oh das... Führt mich so ein bisschen beeindrucken. Wie hat er das gemacht? Was? Oh oh. Er ist durch. Nein! Kann man sich da auch irgendwie zusammen... Drunter zütteln? Bestimmt nicht. Scheiße. So weiter gehts. Das schaffst du nicht. Ohohohohohoho. Oh wo er ist landet? Ja. Ja sieht man nicht mehr. Oder? Wir werden immer noch abgeschossen. Echt zum richtig... ...aktive Manokrissen. Super. Da bin ich so asozial. Du siehst du dafür, wenn man belohnt. Oh. Alles wurde gesprengt. Nice one. Ja. Das ist aber nicht zu Ende. Ich glaub hier ist ein Reifen geplatzt. Wie fährt sich das so rum? Oh. Nein. Aua. What's going on? Ich muss mich nochmal rausnehmen. Er mit seiner Alte. Es gibt mehrere Wege an der Trampe runter zu sein. Das wird ein bisschen länger machen. Oh. Sehr gute Idee. Was war denn da? Ach da war ein Mini. Ja. Und dass es genau da geht. Ui. Ja man. Oh. Er sprengt da ja nicht alle. Ja nicht alle. Aber warum war die? GG. Wie. Ich glaub uns treiben wird uns. Wie lange dauern. Ich glaub da schneiden wir einiges raus. Ja wir schneiden. Ja so. So. Wie hast du das gemacht? Warum ist das Slow-Mo? Wie hast du das gemacht? Warum ist das Slow-Mo? Weiß ich nicht. Aber du hast das irgendwie... Oh man kann auch nach unten gucken. Weiß ich nicht. F. Was ist dauer? Oh. Das macht er automatisch. Weil wir so cool sind. F. Was ist dauer? Ne F ist dauer. Oh. Ne F ist dauer. T. T ist. T ist. Was ist das denn? T ist gar nicht. T ist gar nicht. Aber F und R, da kann man so ein bisschen die Lage machen. Weiß ich. Lager sind. Schön, Mann. 2D gehen. Großes Dreck. Oder? Ich glaube nicht. 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 T ist nichts genug. Was ist das? Ja. Tschöööööööö Die fliegen alle mehr hinterher. Das war gerade automatisch. Aber nie, nie, nie. Da konnte ich jetzt nichts füllen. Oh, das ist ja zu Fusky, zu Fusky, Fusky. Jo, ich glaube, das lande im Ziel. Du bist jetzt. Das sieht doch schön aus. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt noch einmal verloren. Ist das gut? Niemann. Ich sag dir, außer du bist nicht die Lösung. Wir müssen eigentlich durch die Mitte. Die Mitte ist das von... Ich bin... Ich bin... Oh. Boah! Ja, das ist das. Ah, definitiv. Ja! Ah! Checkpoint, da ist ein Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Das ist das Ziel. Oh Gott! Das war ein Checkpoint. Das war ein Minen. Das hab ich gar nicht gesehen. Das geht aus... Wir sind am Checkpoint. Ja, und da sind Minen. Warum fährst du eigentlich zum Minen, du? Warum fährst du eigentlich zum Minen, du? Ich warne dich. Du bist... Ich nehme die Rampe. Hab ich vorhin. Der fliegt jetzt hier. Der fliegt jetzt hier. Yo! Au! Ey! Du lebst noch! Ja, Mann! Nach... Nach... Sechs Minuten... Nach... Sechs Minuten... Nach sechs Minuten... Geschafft, ja. Ne, nach acht Minuten steht da. Kannst du nicht lesen? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich vorher schon... Ja, okay. Sechs Minuten. So, weiter geht's mit... Whip... 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 Whip Slash. Whip... 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 Difficulty Easy. Ne, das ist zu lang. Das ist eigentlich zu lang. Full Moon Madness. Das kriegt geil! Oh, ja. Oh, da müssen wir natürlich... John und Jimmy nehmen. Hat der auch Licht? Ach du Scheiße. Glaub nicht. Doch, da stand doch. Vier. Vier? Oder drei. Oder drei? Da stand irgendwas. Ich hab da an der Seite nicht gelegt. Gute Ahnung. Hmm... Sieht sich gewiss, oder? Oh, damn it! Was gewinnt! Guck mal, steht da. Ah... Uuuuh... Control, da hätte ich schon mal ein 4. Ah, das hatte ich gesehen. Oh, da kommt schon wieder Säge, ne? Ja, die magst du nicht. Vor allen Dingen ich. Jimmy. Du hast Jimmy verloren. Hast dein Kind. Ja. Und fahr nochmal... Fahr an Jimmy vorbei. Ich glaub, das wird Rache geben, ne? Ja, für Jimmy. Ja, für Jimmy. Ja, für Jimmy. Wo steht da? Ja, steht da. Ach, wieder Z. Ach, das ist der Anfang. Oh, es ist ja da. Bomben. Ach, weil du ist da jetzt. Nein. Ja, rechts geht's weiter. Ja, das ist, glaub ich, nicht so. Was war das? Z? Mhm. Awesome. Kein Ding für den King. Es wird nichts, es wird nichts. Jetzt wieder Raketen. Aufpassen, der kann auch zielen. Der kann auch zielen, aber mich nicht. Oh, was steht da? Oh, was steht da wieder? Ach du. Oh, 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 oh. Ich glaub, das ist absolute Mäden. Ich hab das rückwärts. Pfff. Aufpassen, da kommen noch Raketen. Ich will da doch nur rein, das ist so ne Katzsteuerung. Oh, Jimmy, tut mir leid, ich wollte dich nicht. Ich stecke mit meinem Fahrrad in den Erdbeeren drin. Äh, jetzt können wir einen Fehler haben. Wir können einen Fehler haben. Senden. Senden. Wie machen wir das? Exit. Wo war das? Report-Bug. Describe Report. Fehler. Warte, du hast nicht geschrieben. Endaccount. Sending? Boah, das braucht man lang hier. Wird gesendet. Ah, Report. Praxis von... Ey, jetzt sind wir, wenn man das nochmal macht. Egal, ich meine. So. Wir müssen schon die Genie. Ja. So weiter geht's. Jetzt passt der gleich nicht durch. Ja, das stimmt. Wohl der Dekadapter... Ne, der wird nicht durch müssen. Mach das jetzt mit Speed, egal. Geil. Und jetzt los. Das war, glaub ich, die. Ich dachte, ich schaff das noch. Gras, noch so. Oh ne. So. Halli war gerade. Ich würd... jetzt einfach da rein. Das sagst du so einfach. Oh, ich sollte mal Licht anmachen. oh ja ja tschuldigung jetzt geht es weiter hier nicht nur eine klar ich habe immer eine Pistole auf Tasche wir haben es überlebt ich habe es überlebt ja wir aufpassen oh Gott da ist ja noch eine ja habe ich und ins Ziel so dann nächste Map ähm was haben wir jetzt gerade äh Whipflash ne was haben wir Full Moon Madness haben wir Wooftop 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 Meat Grinder das klingt gut Meat Grinder Oh mein darfst du unseren Earl nicht nehmen Es wollte gerade wieder Earl nehmen Hier wird geschossen Ja hier ist der Meat Grinder Oh Hier wird gegrindet das Meat Was ist das Ihhh Was ist das Ihhh So eklig Der sah richtig gut aus Ich weiß auch nicht warum ich mich immer auf die falsche Seite lege Ja du darfst kein 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 Ich Mach ich nicht Nein Mach ich gar nicht Das ist doch Null Du bist doch eigentlich eben durchgekommen Ich glaube man sollte Lube Das ist glaube ich ganz schön gefährlich das nicht zu tun Full Speed Full Speed Und dann irgendwie so schräg durchsingen Oh du musst doch schräg durchsingen Da kann doch ein Säger nachgehen Ja Ja Du musst doch so schräg durchsingen Mit A und D musst du das machen Ich weiß was Ja gut Mach es Mach es Mach es Mach es Zu viel Gas 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 ist ungesund Ja Ja Oder einfach gar nicht Ja das musst du auch jetzt mal hinkriegen dass du nicht von Minen kommst Wollte ich grad sagen Das ist ja schon ein bisschen Komm ein bisschen mehr Ey das Kind ist so durchgekommen Das Kind ist auch tot Huck dir das an Ja dann müsst ihr nach vorne Ich kann das einfach Ich lass mein Kind hier Ich rette das Kind So das ist jetzt Am Ende ne Na gut Ja Oh Du hast geschafft Ja Einen Einzelteilen Aber wo kam jetzt die Säge her Wie hast du das eben geschafft Oh du musst da Rechts zwischen den Sägen durch Oh Jimmy Richtig auf Richtig auf Richtig auf Oh Gott Du hast Jimmy getötet Oh Ich hab Gas Oh Oh Ja Ey die ist schief Die ist ja schief Deswegen vielleicht Wie hast du das gemacht Wie hast du das gemacht Du bist ja rechts durchgeflogen ne Was du gesagt hast mit 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 B oder mit A Ah ich lebte noch Aber noch mehr Aber noch mehr Ja noch Ich habe gelebt Werden sein sollen Kognitiv 3.1 Immerhin Aber da kam die Säge von unten Ja Das ist so ein gefährliches Spiel Ja Das ist auf jeden Fall nicht Ich sollte zuhause nicht nachspielen Fast 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 Ja Nicht ganz aber fast Was guck mal da Ich häng ein bisschen ab Bisschen schwerer werden die Level ja schon ne Nur ein bisschen Ja nur ein bisschen So ich mach dat ich mach dat ich mach dat Komm jetzt Oh Ja Ja Das ist mein Herz Deswegen kommt das da so viel raus Schlänglich 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 Das habe ich noch nicht deaktiviert Mal nochmal Habs das aber nicht deaktiviert Verlaufweise deaktiviere ich das immer Das war übrigens gar nicht Windows 1 Perfekt Gepft Also besser hätte man es glaube ich nicht machen können Also Wie hier auch Ja eben Ganz oder gar nicht ne So Huh 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 Ha Oh Gott das ist noch nicht Oh Gott mein Kind Ja ich sagte das ist Das ist aber nicht schräg Einfach ist das voll nah Ja Ja irgendwie komisch Scheiße So wie So einfach geradeaus durchfahren Ganz einfach Nein nicht bremsen Wie hat er das gemacht Der war genau über dem Kopf Das sieht aber gar nicht so aus Das sieht nicht so aus Das sieht nicht so aus ne Ja Hat er einfach New gemacht Ja New Ja New Ich hab' rausgefunden Du hast den Punkt nicht bekommen Noch nicht Hol da noch Hol da noch Wow Wow Das ist so schwierig Ja Vielleicht 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 komme ich doch nicht Guck mal mal oben her Du bist zu dick dafür Was sind hier da? Das ist das Kind Siehst du du machst das auch so Ja das ist das Kind Hör doch einfach über die Bombe rüber Du bist ja lustig Mach's uns alle leichter Mach's uns alle leichter Ich seh nichts Mach die Augen auf Oh Oh Komm wir gucken jetzt mal an Wie das noch wird heute Was Oha Über Mine springen Ja Vom Vogen abgeschossen werden Und durch dieses Labyrinth Und dann ins Ja Meat Grinder würde ich sagen Ich hab's heute geschafft Immerhin So Letztes Für heute Letztes für heute Oh Mach das vielleicht noch Mach das vielleicht noch Oh das war knapp Einfach durch man Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Da kannst du außen rum fahren Da muss ich durch Da kannst du außen rum Ah Bei dem ganz außen rum Nein da muss ich ja durch Da ist mein Schiff fahren Scheiße Hab ich gar nicht gesehen Egal Na gut Den Rest gibts dann in der nächsten Folge zu sehen Genau Die kommt dann wahrscheinlich irgendwann Ähm Ja ansonsten war's das wieder 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 Ja 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 Ja